Ach, das hat eigentlich noch nie einen Unterschied gemacht. Noch nie. Ein bisschen Manowar spielen. Ich muss mal dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht irgendwelchen schwulen Marken hinterherjagen muss, Alter. Fick dich doch. Von Elias. Von Elias. Von Elias Braun. Was ist denn hier los, Alter? Hier kommt ja gar keiner. Ist voll. Hey, was ist denn los? Warum trägt dich denn nicht, du Sau? Hätte ich doch voll wecker wollen, ne, Orwell. Voll weggelinscht. Ach du Scheiße, wieso haben die denn einen Hater, Alter? Mach mal den Hater kaputt, bitte. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was denn? Wo ist denn das Ding? Ist das nicht irgendwo am Himmel eigentlich? Ja. Ich weiß nicht. Wo ist er denn? Ach da. Feindliche Drohne gesichtet. Infanterie ausgeschaltet. Komm, muss jetzt Platz sein. Wir haben schon so oft darauf geballert. Wo ist das Scheißvieh? Ist der hinten immer? Ja. Blatt, Ani? Ja. Ich bin heute zu blind, irgendwas zu sehen. Eine Drohne oder sonst was. Ich sehe nichts am Himmel. Sauber, Ani. Ja, das ist korrekt dabei. In echt wäre ich jetzt schon wieder tot gewesen. Aber ich habe nicht auf dich geschossen, oder? Nehmen. Oh, jetzt haben wir hier aufgeräumt dabei. Ja. Da war noch einer. Das Raider ist er ja nie. Kuda Joe, ey. Kuda Joe. Kuda Joe. Kuda Joe. Stimmt wieder Spawnwechsel. Kuda Joe. Kuda Joe. Kuda Joe. Kuda Joe. Immer in dem Haus drin, Alter, die Wichser. Immer in dem Haus drin, Alter, die Wichser. Immer in dem Haus drin, Alter, die Wichser. Das wird eine Niederlage, mehr anstrengen. Boah, alle hinten, ey, glaube ich, Spinner. Oh, nee, meinst du so ein Spiel, ne? Ein bisschen Raps, ein bisschen Geist. Die Zeit ist um, beendet es. Verbündete Drohne nähert sich. Vorräte unterwegs. Massaker. Verstärktes Geschütz eingesetzt. Die CDP bleibt standhaft. 30-5 ist schon okay, Alter. Fünfmal gestorben, nur. Das ist ja mal eine geile Maske, Alter. Und den Hammer. Der Anzug ist auch nicht schlecht. Aber dass er vor mir ist, mit 2020. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Verstehe.